Hallo und herzlich willkommen zum Video vom Wiener Bildungsserver. Wir beschäftigen uns heute kurz mit der Frage, was Scratch ist. Scratch ist eine blockbasierte Programmiersprache, bei der eben nicht durch Schreiben, durch das tatsächliche Verschriftlichen des Codes programmiert wird, sondern durch das Aneinanderreihen von Blöcken. Die Blöcke schauen im Engelssprachigen so aus und man kann die entweder einfach aneinanderreihen und sie machen dann die Handlungsanweisungen, die da stehen, also komm nach vorne, bewege dich so und so viele Schritte, spiele die Trommeln und sage etwas für wenige Sekunden. Also das sind ganz einfach aneinandergereihte Handlungsanweisungen. Man kann das aber auch schwieriger gestalten, indem man Schleifen einbaut, hier die Für-Immerschleife, oder Bedingungen, dass zuerst eine Bedingung erfüllt sein muss und sonst passiert etwas anderes. Wir schauen uns das dann in einem anderen Video genauer an, das war jetzt nur einmal zur Verbildlichung, wie das Programmieren bei Scratch funktioniert. Was dem Scratch-Team ganz wichtig ist, ist, sie wollen kreatives Lernen. Also sie wollen, dass das Programmieren spielerisch erlernt wird. Und sie haben dafür ein Konzept entwickelt. Sie nennen das die vier P's und zwar sind das Projects. Das heißt, bei Scratch lernt man Programmieren, indem man eigene Projekte erstellt. Was wiederum heißt, dass man zuerst an seiner eigenen Idee arbeitet. Das heißt, man macht nicht einfach irgendein Puzzle, das jemand anders für einen programmiert hat, sondern man hat eine eigene Idee und versucht, die auf ein Projekt zu übertragen. Das zweite P ist Passion. Es sollen die eigenen Interessen abgebildet werden können. Das heißt, wenn jemand sich sehr für Tiere interessiert, soll er das beim Programmieren abbilden können. Das dritte P sind dann die Peers. Programmieren zu lernen soll bei Scratch etwas Soziales sein. Und daher gibt es auch eine große Community, die sich gegenseitig unterstützt, die viel kommentiert, die die Projekte, die man macht, aber auch verändern kann. Also verbessern oder in den eigenen Augen zumindest verbessern. Und das wird auch sehr viel genutzt. Das vierte P ist Play. Und damit meint das Scratch-Team die Möglichkeit zu experimentieren. Also spielerisch zu lernen, spielerisch tätig zu werden und damit die Projekte auch interessant zu machen. Sie haben auch aufgezeichnet, wie Sie sich so eine Lernspirale vorstellen. Das ist ein Bild von der Lifelong Kindergarten Group selbst. In der Mitte steht immer diese Idee, diese Vorstellung. Von der wird dann etwas gestaltet, also ein Projekt. Mit dem kann man dann experimentieren. Entweder nur alleine oder gleich in der Community, wenn man es öffentlich macht. Dann kann man es teilen. Man reflektiert entweder alleine oder gemeinsam. Und man findet vielleicht etwas weiteres, das man ändern will oder vielleicht gleich ein neues Projekt anfangen möchte. Ziel ist es, dass man sich in der digitalen Welt fließend ausdrücken kann und das informatische Denken geschult wird. Und deshalb halten wir Scratch auch für ein wichtiges und spannendes Tool, das man im Unterricht auf die unterschiedlichste Art und Weise einsetzen kann. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und Scratch ausprobieren möchten, dann gehen Sie gleich zum nächsten Video und registrieren Sie sich. Ich hoffe, Sie klicken auch auf unser nächstes Video. Ich freue mich, wenn Sie mir einen Daumen hoch da lassen oder wenn Sie uns abonnieren. Bis bald!